Als der Schar von Persien in die Bundesrepublik kam, wussten wir erst wenig über den Iran, wenig über unser eigenes Land. Die Studenten hängen an den Bäumen, sitzen in den Kronen, hängen am Bauzaun herum und wurden vorhin schon ein bisschen heruntergeknüppelt von der Polizei. Sie halten jetzt ihre Schilder hoch, auf denen zu lesen steht, keine Diktatoren als Gäste einer freien Stadt. Etwa 500 oder 600 Studenten mögen es gewesen sein, die hier demonstrierten und 600 oder 700 Polizisten sind zum Einsatz gekommen. In welchem Zustand war Ihre Dienstpistole jetzt nach diesem Schuss? Sie war automatisch wieder gespannt. Das heißt also, sie war schussbereit, dass, wenn man an den Hahn kam, ein weiterer Schuss gelöst werden konnte? Ja. Ich wollte ja nicht auf Menschen schießen. Notstands- oder nationalsozialistische Gesetze? Genau, diese Bedrohung hat man immer gesehen und gerade die ältere Generation hat das ja eigentlich gerade kürzlich erst erlebt und deswegen haben die Jungen da so vehement für gestritten. Sowohl die Personalisierung der Schuld eines Kriminalbeamten als auch die Theorie von Rädelsführern, Radikalinskis von Schafmachern in unserer Mitte, diesen dunklen Kräften im Hintergrund, das ist uns nicht unbekannt. Es sind das immer wieder analysierte Stereotype des faschistoiden Denkens. 2009 kam raus, er war bei der Stasi. Ja, das hat ja wahnsinnig hohe Wellen geschlagen damals. Aber die Geschichte, die selten erzählt wurde und die ganz interessant ist, ist, wie er da eigentlich gelandet war. Und zwar hatte er vorher schon bei der Westberliner Polizei gearbeitet. Bei Ihrer ersten Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft haben Sie gesagt, der Schuss löste sich. Ich hatte den Finger am Abzug, wollte den Schuss aber nicht abgeben, da ich seine Richtung nicht bestimmen konnte. Ob es so war? Ja, ich habe die Wahrheit gesagt. Sie meinen, aufgrund Ihres seelischen Zustands wissen Sie nicht, ob es so war? Ich darf nochmals wiederholen, dass die Demonstranten mir die Waffe entreißen wollten. Und dass sich der Schuss unbeabsichtigt gelöst hat. Und als ich wieder zu mir kam, da habe ich niemanden mehr gesehen, das ist alles. Der gerichtsmedizinische Sachverständige hat Kuras zur Tatzeit eine erhebliche Beeinträchtigung der Kritik und Urteilsfähigkeit zugebilligt. Deswegen war er nach dem Rechtsgrundsatz, das im Zweifel zugunsten des Angeklagten zu entscheiden hat, freizusprechen. Ja, der Freispruch von Karl-Heinz Kuras hat dann eine Zahl von Menschen auf die Straße gebracht, die man in der Bundesrepublik so noch nicht gesehen hatte. Glaubt ihr irgendein Schwein wirklich? Wir würden von der Entfaltung der Klassenkämpfe, der Reorganisation des Proletariats reden, ohne uns gleichzeitig zu bewaffnen? Das war so ein bisschen das, wo sich die Regeln aufgelöst haben, die eigentlich in einem demokratischen Staat gelten sollten. Ein Tod ohne Ankündigung. Ein Tod ohne Krankheit. Ein Tod als Zufall. Ein Tod als Opfer. Ein dummer Tod. Und ich glaube, da zeigt sich, dass es zumindest einen Prozess gibt oder eben geben muss, dass man darüber nachdenken muss, wie greift der Staat ein, welche Formen von Protest sind eigentlich erlaubt, welche Art von Meinungsäußerung. Insofern denke ich, dass das unabgeschlossener Lernprozess vielleicht ist. Bleiben sollte. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020